Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 meiner Reihe über den Helix. Heute mal einfach die Grundlagen, die du brauchst, um den Helix mit deinem Computer zu verbinden und die Software HX-Edit zu installieren und auch den Helix auf das neueste Betriebssystem beziehungsweise die neueste Firmware-Version zu bringen. Dazu besuchst du die Seite line6.com, die 6 mit einer Zahl geschrieben, ohne Bindelstrich line6.com und wenn du das erste Mal auf dieser Seite bist, musst du dich erstmal anmelden. Ich bin jetzt hier schon angemeldet, ich sign mich mal out und dazu klickst du einfach oben auf dieses Männchen drauf und sagst Create Account, dann drickst du hier deine ganzen Daten ein, gibst ein Passwort, nicht Passwort, sondern ein sicheres Passwort, dass sich kein anderer da einloggen kann, gibst das alles hier ein, du kannst das hier wegklicken, damit du keine Werbung von denen kriegst, Create Account und dann kriegst du wahrscheinlich eine E-Mail zugeschickt, um den Account zu bestätigen und dann kannst du die ganze Software, die du brauchst, runterladen. Ich logge mich jetzt hier einfach nochmal ein. Fertig. Dann gehst du hier oben in der Leiste auf Downloads, das ist jetzt hier schon unten drin und dann ist hier die Auswahl. Hier wählst du einfach aus Helix. Kannst du ja jetzt, wenn du jetzt einen HX-Stomp hast oder einen Helix-LT, kannst du das auswählen. Ich wähle jetzt einfach mal hier HX-Stomp. Also deine Version des Helix auswählen. Dann hier kannst du gucken, was du brauchst, aber ich mache jetzt einfach mal All Software und ich bin auf Mac OS X, du kannst natürlich auch jetzt Windows anwählen und auch verschiedene Versionen auch noch, ja, sehr praktisch. Ich bleib bei Mac OS X und mache Go. Dann kriegst du jetzt hier gezeigt, was es alles so gibt. So, was brauchst du für den Helix, damit das alles funktioniert? Sowohl der Editor wie auch das Audio-Interface vom Helix. Du brauchst HX Edit. Jetzt guckst du, dass es die richtige Version ist, am besten die neueste Version. Hier Version 2.8.2 ist momentan. Wir haben den 8. Oktober 2019, momentan die aktuelle Version. Dann klickst du hier einfach Get Download und bestätigst hier mit Accept and Download. Dann lädt das Ding runter. So, weiter geht's. Downloads. Ja, hier nochmal Helix auswählen. Du kannst das Ganze natürlich auch ein bisschen geschickter machen und die Downloads hier mit der rechten Maustaste aktivieren. Ja, hier drauf mit rechter Maustaste in neuem Tab öffnen. Dann kannst du die alle auf einmal runterladen. So, jetzt steht hier Flash Memory. Das ist die neueste Firmware. Die brauchst du allerdings nur einzeln runterladen, wenn du nicht, also mit dem Rechner, wo der Helix angeschlossen wird, nicht im Internet bist. Wenn du damit im Internet bist, kannst du dir das hier sparen. Es gibt eine wunderschöne Hilfssoftware und die heißt, mal ein bisschen runterscrollen, Line 6 Updater. Den lädst du dir hier runter. Habe ich schon wieder mit dem falschen Knopf gedrückt. Nein, im neuen Tab öffnen. Und dann kann ich hier in den Tab gehen, wieder Accept and Download und mir das runterladen. So. Den brauchst du auch, den Line 6 Updater. Und eigentlich war es das schon. Treiber, muss ich jetzt hier mal gucken. Gibt es eigentlich extra Treiber für den Helix oder werden die automatisch mit installiert? Ne, da ist eine alte Version von HX Edit. Also der Updater. Eigentlich müsstest du Treiber installieren. Lass mich gucken. Drivers, da sind sie. Line 6 Helix Driver. Die sind schon recht alt. Brauchst du es vielleicht nicht unbedingt, denn das Audio Interface funktioniert auch ohne. Aber ich würde sagen, installiere einfach die Treiber und das funktioniert hervorragend. Hier, Get Download oder wieder mit einem neuen Tab. Fertig. So, die drei Sachen brauchst du. HX Edit, den Line 6 Updater und die Treiber. Die Treiber nur, wenn du den Helix benutzen willst mit einer Audio Software und die erweiterten Funktionen nutzen möchtest. Also, was du zuerst machen musst, deinen Helix einschalten. Helix fährt noch hoch. Kleinen Moment. Rote Balken. Und da ist er. So, jetzt rufst du als allererstes den Line 6 Updater auf. So, in dem Updater loggst du dich mit deinen Daten nochmal ein, die du eben hier gekriegt hast. Also, deinem Line 6 Account. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel meinen HX Dump. Der ist jetzt schon upgedatet. Den wählst du dann aus und dann macht er automatisch ein Update und lädt dir auch automatisch die entsprechende Firmware runter. Das machst du als erstes. So, falls du eine ganz alte Version der Software drauf hast. Nimm mal an, du hast den Helix jetzt seit fünf Jahren und hast noch nie ein Update gemacht. Dann solltest du zuerst hier die ganzen Dokumente durchlesen. Das ist extrem wichtig, sonst kannst du dir das nämlich zerschießen. So. Irgendwo stand es hier. Also, wenn du Release Notes. Hier irgendwo war es. Nein? Genau, hier ist es. Klick hier. If your Helix HX Hardware is running Firmware 2.71 or older. Und dann kommst du hier zu einem Forum-Dokument. Dann solltest du dir das alles ganz aufmerksam durchlesen. Es ist extrem wichtig, dass du es genauso machst, wie es da steht. Genauso. Nicht abweichen und denken, ah nee, habe ich schon. Nee, genauso wie es da steht. Sonst kannst du dir nämlich dein Betriebssystem zerschießen und im schlimmsten Falle musst du den Helix einschicken. Sollte nicht passieren, aber mach es einfach genauso, wie es da steht und du hast keine Probleme. So, das machst du als erstes. Dann installierst du HX Edit, ganz normal wie du jede andere Software auch installierst und hast dann HX Edit hier auf dem Bildschirm. Und da ist es. So, und dann kannst du kommunizieren mit deinem Helix. Und ich würde dir schränkstens empfehlen, wenn du irgendwelche Sounds programmierst, nimm HX Edit. Es ist so viel einfacher als an dem Gerät. Klar, meine Helix ist extrem gut zu bedienen, aber mit der Software ist es nochmal viel, 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 viel einfacher. So, was ich natürlich vergessen habe zu sagen und was eigentlich selbsterklärend sein sollte. Natürlich musst du den Helix mit einem USB-Kabel mit deinem Computer verbinden. USB-Kabel mit dem Computer verbinden. Würde ich machen, nachdem du die Treiber installiert hast. Also würde ich zuerst noch die Treiber installieren, die du runtergeladen hast. Okay, so, aber eigentlich ist das ja alles selbsterklärend und das steht auch in der Anleitung drin. Ich wollte hier halt nur einfach nochmal drauf hinweisen, falls du neu bist bei den ganzen Sachen mit Gitarrengeräten, mit Computer verbinden. Hoffe ich, dass ich dir damit so ein paar Tipps gegeben habe. Also nochmal die Reihenfolge. Am besten installierst du zuerst die Treiber, dann den Line 6 Updater, bringst deinen Helix auf die neueste Version und dann installierst du HX-Edit und kannst dann hier kommunizieren mit dem Helix. Okay. Und ich werde die zukünftigen Videos, die die Sounderstellung zeigen, auch komplett mit der Helix-Edit-Software machen, weil das einfach auch viel einfacher zu sehen ist für dich, als auf diesem hellen Display, was so schwer zu filmen ist. Und ja, besser für dich. So, habe ich noch was vergessen? Oh, das muss ich mal rausschneiden. Cut, 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 cut. Ne, hab nichts vergessen. So, in diesem Sinne, das ist wahrscheinlich das kürzeste Video, das es zum Helix von mir gibt. Viel Spaß damit bei Problemen. Einfach unten in den Comments fragen. Aber tu mir einen Gefallen und guck dir zuerst dieses Line 6 Dokument an, falls du irgendwelche Probleme hast mit dem Update oder lies es dir am besten sowieso schon vorher durch, damit du nicht irgendwelche Probleme mit der neuesten Firmware bekommst. Alles klar. Oh, und wenn du dich jetzt fragst, solltest du überhaupt die neueste Firmware installieren, oder einfach die alte nehmen, installier die auf jeden Fall. Es gibt viele neue Amp-Models, die super geil klingen und vor allem diese zwei unglaublich geilen Verzerrer, wegen denen sich das Update alleine schon lohnt. Ansonsten auch ganz viele andere Verbesserungen und du kannst ab Version 2.8 zwischen jedem Helix-Teil und auch der Software die Presets austauschen. Und das ist auch schon allein genug Grund, auf die neuste Firmware abzugraden. So, jetzt aber in diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, wenn es dir nicht gefallen hat, gib mir einen Daumen runter. Wenn du über weitere Videos informiert werden willst, abonniere meinen Channel und drück das kleine Glöckchen-Symbol, damit du Infos bekommst, wenn das neueste Video online ist. Bis dann, mach's gut. Ciao.